Guten Abend aus der Spechtweg-Halle in Stuttgart. Spechtweg-Halle webt hier. Gut gefühlt hier, Stefan. Erwartet uns heute schon einiges an Atmosphäre. Ich muss sagen, ich freue mich extrem drauf und bin jetzt auch gespannt, wenn es dann losgeht. Jawoll, Schiedsrichter testen sehr weit die Tore und dann kann es auch gleich losgehen. Haben Sie die Chance? Ja! Wahnsinn! Wie eben angesprochen, kann es schnell gehen. Da muss ich jetzt Schadric ganz vorsehen. Ganz ehrlich, für mich rote Karte. Jetzt aber, Remus! Tor durch Nummer 39, Remus Söser. Kein Einfallspiel für Philipp Les. P.J. macht auch gute Arbeit in der Halle. Ja, hier ist immer Bombenstimmung in der Spechtweg-Halle. Bruder Sitsch! Tor! Die Entscheidung her! Und damit ist es aus! Spielende! Spielende mit 4 zu 4 geht dieses Viertelfinal im Spiel aus. Gute Nacht aus der Spechtweg-Halle. Gute Nacht, Futsal Deutschland! Und der Spechtweg-Hallo. Der Beworth achtet. Spiele austaus trip! Spiele 情apolenser- Novemberbook haben wir Bistler aus dem Momentніbergen hier auf dem Christen. Vielen Dank.